Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video zu einer Runde Fortnite Relative Welt. Und ja, und gestimmterweise habt ihr wohl ja positiv hier eingestimmt und ja, und das sehe ich hier wohl mit meiner Sache wohl weiter klarkomme. Und deswegen halt entsprechend, wenn wir mal weiter zocken bei der Fortnite, rettet die Welt, weil das Missionen weiter gesagt als getan. Und jo. Also es wird auch hier, ja auch hier wieder dazu noch da extra noch hier Serverarbeitung noch da bearbeiten. Also für das Patch auch noch dazu noch in Regeln richtig da werden. Und jo. Und heute bin ich auch nicht ja wirklich alleine. Und mal sehen, ob die hier vielleicht auch was sagen könnte auf Deutsch gesagt als Englisch. Weil ich bin ja lieber Deutsche als Engländer. Und deswegen so. Oh. Okay. Ich mach mal erstmal auf Privat. Also ähm. Ich mach mal die Privat und dann bist fertig. So, jetzt zurück zur Bearbeitung. Ah, okay. Das haben wir. Wo das scheinbar nicht. Wo ist das jetzt? Ich muss mal hier gucken, hier wo das ist. Hier die. Warte mal eine andere. Oh, schön. Das ist das, die richtig schnell hier hoch beladen ist. Als wenn man nur bearbeiten möchte. Ah. Also gut. Kategorie 3. Das schaffen wir. Wir werden drei Atlasse verteidigen. Such die Zone nach den Zielen ab und platziere die Atlasse, wenn du soweit bist. Oh. Atlas. Okay. Bonus-Herausforderung von Max, der ist hier mal sammeln. Und keine mittlerweile. Und keine Termin. Jetzt ist ja bei mir dabei. Ja, was. Da war mir! Aller fit ist ja öffentlich. Ich ergänze.асс vieles. Spitz Yokos, Na, was willst du? Oui Alter, in die Ernst auch noch die Ich bin schnell auch noch Guck, der verdruckt mich Das würde man mal wissen. So. Wieder. So. Jetzt gucke ich mal herum. Und jetzt auch. Oh. Ah schon. Nein. Ich will nicht. Ich will jetzt mal hier rum gucken. Kräuter. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Und keiner spielt hier mit mir nicht. Kräuter. Kräuter, Kräuter. Kräuter, Kräuter. Einmal mit mir. Doch. Ja. Kräuter. So. Die kann ich dann gut. Schön noch die Steine noch sammeln. Weil die da brauche ich natürlich, weil sie genügend Steine. um das natürlich, ich weiß nicht, dazu, äh, verhindern. Aber keine Steine mit mir. Und wieder in Specki. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Oh, was haben wir denn hier? Ja, du. Oh. 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 Wenn dulink. Alter. Ohau. nicht wenn die Weile der Verhältnisse die Verwunden die Stimmigte Das ist ein nächster Schatz. Ich glaube nicht. Das ist ein nächster Schatz. 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 Verfiss euch. Mann, und die schießt doch an die... Das ist ein nächster Schatz. Das ist ein nächster Schatz. Das ist ein nächster Schatz. Was ist das? Okay. 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 Get naked. Okay. 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 Nein, geht nicht. Geht nicht. Ich komme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? 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 Das war's. Nein, was ist das so? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Teamarbeit! 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 dass ihr wollt.